Karl-Heinz Barck war ein deutscher Romanist. Leben Karl-Heinz Barck studierte von 1953 bis 1958 an der Humboldt-Universität zu Berlin und seit 1960 an der Universität Rostock. Hier wurde Barck 1966 mit seiner Dissertation über Josef Ortega Y. Gasset promoviert. Anschließend ging er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin, wo er bis 1992 tätig war. In dieser Zeit habilitierte er sich 1989 mit Studien zur Reflectionsgeschichte poetischer Imagination zwischen Aufklärung und Moderne. Barcks wissenschaftliche Schwerpunkte lagen in der Literaturgeschichte der spanischen und französischen Moderne, der Geschichte der Literaturwissenschaft und der Theorie ästhetischen Denkens. Ab 1992 war Barck Projektleiter am Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung tätig. Das ihn zu seinem 70. Geburtstag mit einer Festschrift ehrte. Gastdozenturen führten ihn unter anderem nach Kanada und Brasilien. Als eine besondere Leistung gilt die Betreuung und Herausgabe des siebenbändigen Wörterbuchs ästhetische Grundbegriffe. Sein Grab befindet sich auf dem Sophienfriedhof in Berlin. Auszeichnungen und Ehrungen Werner Krauss' Medaille der Akademie der Wissenschaften der DDR Kontur des Ordens de Isabella Catholica Veröffentlichungen Eistes Arthur Rimbaud Mein traurig Herz voll Tabaksaft Leipzig 2003 ISBN 3-379-20062x Allerid Alleid Berat zustände Das